Hier werden Ihre Lieblingskleider gemacht, Ihre Lieblingshosen und Lieblingsshirts. Hier wird 365 Tage pro Jahr geschnitzt. Nicht an Kleider denken, nicht an Kleider denken, nicht an Kleider denken. Du bist so büten, dass du sofort losmarschieren willst und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen willst. Aber du weißt nicht, wer die Verantwortlichen sind. Sind es die Fabrikherren in Asien? Sind es die Firmenbesitzer in Barcelona oder Stockholm? Sind es die Designer und die Models oder sind es wir alle? Aber wenn wir alle es sind, soll ich dann irgendwo klingeln und Freiheit und Gerechtigkeit für alle verlangen? Und da, wie wir alle zeigen. Das war's für heute, der Sommer in der Öffentlichkeit vous洩stern. Ich hab's gut. Deine ich vielleicht nicht. Jetzt bin ich sicher. Daher wähle ich. Alles gut. Zähne ich mir! Abspricht! Ja. Ich hab's gut! Ich hab's gut! Bis zum nächsten Mal.